So, ich war bei Ikea. Ich liebe Ikea und die haben Campingsachen und da konnte ich bei den ein oder anderen Sachen nicht dran vorbeigehen. Zum Beispiel haben die hier Finskuren. Das ist ein Besteckset für unterwegs. Das fand ich so interessant, vor allem für den Preis. Den würde André euch einblenden, dass ich gesagt habe, das muss ich mitnehmen. Das Schöne ist, es ist eine tolle Tasche und selbst wenn man campen ist, kann man diese Tasche mit Hilfe von zwei Karabiner oder so aufhängen und hat dann quasi sein Bestecktäschchen immer griffbereit im Zelt. So, in dieser Tasche befindet sich ein Ikea Besteck, ein echt schöner Edelstahl, stainless steel, ein echt schöner Edelstahl Löffel, eine Edelstahl Gabel und ein Edelstahl Messer. Alles von Ikea. Alles, ich würde mal sagen, leichtes bis normales Gewicht, sodass man eben ganz gemütlich und ganz normal essen kann. Und ja, das Ganze ganz simpel und einfach eingepackt, aber sodass man es auch immer geschützt hat. Man kann auch eine kleine Serviette oder so mit einpacken, man kann auch ein kleines Gemüsemesser mit einpacken. Also hier ist noch Luft, hier kann man noch was einpacken und mit rein nehmen. Das ist ein sehr kleines, sehr schönes Besteckset. Das musste einfach mit. Nachdem der André ja diverse andere Bestecksets schon gekauft hat, André grinst, dachte ich, ich muss jetzt auch mal ein Besteckset kaufen von Ikea. Und ich finde es wirklich toll und es kommt irgendwie entweder bei Emma in den Schulranzen oder bei mir in die Arbeitstasche. Ich muss mal gucken. Was habt ihr für Bestecksets? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Der André versucht euch das natürlich zu verlinken. Und ansonsten sagen wir danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.